Ja, Taxi! Ja, das stimmt mit dir nicht! Hey Mann, die Lage verschafft sich zunehmend, was? Die Leute brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je, glaube ich. Wir brauchen kürzeren. Die guten Apps sind nur ein Wort klar. Ach, alles klar. Jetzt muss ich mal hier irgendwie... Ey, man hat echt heftigen Skill. Also der Skilltree ist zwar nicht mega XXL, aber was man alles machen kann, ist schon crazy. Was kann man hier noch Schönes machen? Habe ich das überhaupt schon? Nee. Erhöht die maximale Netzschießermunitionskapazität um 2. Okay. Ach, das muss ich wahrscheinlich alles erstmal wieder einzeln freischalten. Na komm, das nehmen wir mal. Jetzt kann ich statt 6, 8 ballern. Nehme ich mal an. Und das 8 gekostet. Okay. Fertigkeiten. Oh, ich kann endlich hier rüber. Den Skilltree leveln. Okay. Tarnenergie wird 20% schneller aufgefüllt. Komm, nehmen wir gleich mal. Zack. Wie viel habe ich? Null Fertigkeitspunkte. Jetzt gucke ich mal, was man hier machen kann. Applaus. Er boxt sich selber um. Und was mache ich da jetzt? Ach, jetzt. Ach, man sammelt die nur. Ich dachte, man musste jetzt irgendeine Herausforderung starten. Okay. Das ist ja interessant. Das sind Schnellreisepunkte. Okay. Okay, okay, okay. Warte mal, jetzt will ich mal. Ah, hier gibt es keinen möglichen Schnellreisepunkt an die Stelle. Interessant. Ah, ich verdrück mich immer noch zu oft. Hiers, endlich erreiche ich dich. Oh. Hey Pete, wie läuft's? Ich hab Nachrichten geguckt. Auch so karianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verbräuchert. Was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Kannst du mich mal bitte nicht so verlabern? Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten, versprochen. Okay, ich vertraue dir. Ah, alles klar. Aber wenn du mich brauchst, fliege ich sofort nach Hause. Ansonsten sehen wir uns in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr. Ja, okay. Danke. Viel Spaß beim so ein Karriere-Schläge. Interessant. Zeig mal her. Gerät. Der Gerät. Ach, das sind nur fünf bis jetzt. Ähm. Who is the right direction? Das ist, also die Schnellreise-Funktion ist schon enorm geil. Er fährt wirklich mit der U-Bahn. Das ist so geil. Da ist noch irgendwas. Ich sehe nichts. Ach, da. Das kann man gut verwerten. Was ist denn das? Upper East Side lautlose Herausforderung. Wo ist denn jetzt der... Wo? Was soll das mit der Werbetafel? Was soll das mit der Werbetafel? Als Einschüchterung? Bringen sie ein Album raus? Wo sind denn die Nachrichten? Der Underground. Wie versprochen. Oh, mach's gut, ey. Flashkick. Bruch. Hier sollte irgendwo ein Transmitter sein. Ah ja. Ich würde jetzt aber gerne mal kurz sehen, wo jetzt hier die Hauptmission weitergeht. Da stehe ich gerade ein wenig auf dem Schlauch. Was ist denn das hier überhaupt? Blinderer-Nebenmission. Wegpunkt. Wir entfernen den jetzt mal kurz. Okay. Ja, ich meine, die Schnellreiseversion ist ja trotzdem irgendwie... Oder Funktion, nicht Version. Irgendwann, wenn du wirklich am südlichsten Punkt bist, du musst ganz nach Norden. Das ist dann... Das Schwingen ist geil, aber das zieht natürlich das Spiel auch in die Länge. Macht zwar Spider-Man aus, keine Frage. Aber... Aber... Alter, was geht ab? Das ist so mega crazy. Grüß dich meiner. Ich hätte gerne eine TV hören und sehen. Hey! Ich bin doch die... Ich bin doch die... Meine Katze. Ich bin doch den richten Spider-Man. Geil. Ne Katze namens Spider-Man. Das ist geil. Sie haben gesagt, dass Sie zum Umspannwerk wollen. Ein paar Blocks von hier. Ich werde sie finden. Ich werde sie finden. Und die Katze. Des, danke für dein Follow. Oh, kleiner. Kann er nichts schaden. Ich sollte Genki anrufen, wenn ich dort bin. Ich soll lieber einem Umspann gehen. Da ist mein Eingang. Ich habe einen Filmfehler entdeckt. Einen Spielfehler. Die ganzen Flugzeuge am Himmel, die dürfen über Manhattan gar nicht so genau drüber fliegen. Haha. Spielfehler entdeckt. Boah, Klugscheiß haben wir keiner. Ich weiß. Wo ist denn hier? Geh mal weg. Danke. Es sieht einfach unwahrscheinlich mega aus. Sie schießen auf Transformatoren? Okay. Habt ihr die Musiker ausgeraubt? Wo ist Spider-Man? Wo ist Spider-Man? Nein! Ihr Loth hat doch gesagt, wir werden mit der Wisch! Rute Nacht. Hey! Habt ihr was gegen Weihnachtsbeleuchtung oder was? Mal sehen, ob du kommst. Ich habe hier nicht normale Verbrechen. Wir gehen wie... Ach, schon gut. Die Station liefert nur noch 64 Prozent. Vielleicht gibt es irgendwo Notstrom. Hast du Notstrom? Na und nun? Ah. Ach, die muss ich alle kaputt machen oder wie? Nee, oder? Setze Venomkraft ein, um den Generator aufzuladen. Was sagt das doch einer? Ich bin doch nicht Moses. Manchmal ganz schön blind. Ich muss Theos Katze finden. Da ist er! Spider-Man! Spider-Man Junior! Das ist geil. Spider-Man ist in den Aufzugschacht. Na schön. Und du? Ich komme Spider-Man. Halt durch! Das ist geil. Ey, geh da rein! Spiderman, warte! Netz! Hallo! Mach einen Venom-Schlag! Komm! Da ist sie kurz K.O. Ich glaube, ich weiß, was sie planen. In der Nähe gibt es eine Bank. Ohne Strom keine Alarmanlage. Wenn wir den Strom anstellen, dann ändern wir einen Bankraum. Ja! Verbrechen verhindern. Vorsichtig. Nur zwei, drei, vier. Alles hängt voll ab. Okay, okay. Konzentration. Ich steige mir nicht, vermöbel dich jeden Tag! Lass dich alle! Alter, New York muss ja echt eine richtig böse Stadt sein. Da sind ja nur Freaks unterwegs. Bäm. Wir wurden offenbar angeheult. Hast du nie Idee? Äh. Oh, jetzt wird es aber dunkel. Ähm. Leistung ist auf Null. Ich merks. Schalte Notbeleuchtung ein. Okay. Dann bin ich noch schon mal an. Dann bin ich noch schon mal an. Dann bin ich noch schon mal an. Umgekehr zu stellen. Flip, grüß dich. Schön, dass du da bist. Spider-Man. Wie viele Leute braucht man denn für so eine Aktion? Das geht. Wer ist euer Boss? Kenn ich den vielleicht? Jetzt bist du drin! Ah, scheiße! Hey, Schluss mit lustig! Der gehört mir! Und Peter Pan da rund! Peter Pan! Geil! Zeig mir was du kannst! Bäm! Bäm! Aufs Maul! Ich muss die Backup! Das ist hier mit hinten. Oh! Ich sehe gerade noch nicht. Hallo? Warte mal. Von dort bin ich gekommen. Ah. Bäm! Was geht denn hier gerade auf? Und ihn reparieren. Die Typen reden ständig von ihrem Boss. Weißt du, wer das sein könnte? Jede Menge Leute wollen Banken überfallen. War ein Versuch wert. Peter Pan war aber wirklich mächtig, oder? Peter Pan war richtig geil. Ich muss die Typen ausschalten und versuchen, den zu reparieren. Pass auf, Jungs! Jemand will unsere harte Arbeit zunichte machen! Pagaklappe! Ich habe schon zu viele Leute. Aber er macht sie alle fertig. Ich möchte alle. Das war's. Alter, wirklich! Hör doch mal auf, einen immer anzurufen. Du Mädchen, Alter! Der will nur labern! Oh, oh! Ähm! An mir kommst du nicht! Der gehört mir! Jetzt geht's pressure, Kleiner! Da! Hör doch mal! Hör doch mal! Das möchte ich Ihnen zurückgeben! Weiter mit dem Schalter! Ne, das war die falsche Taste! Was da? Einfach nur Nebel nach unten! Ah, okay! Das ist... Da ist Strom! Nein! Na also! Der Generator ist an! Aber wohl nicht verbunden! Ähm! Wo ist die Lücke? Ne, stopp! Warte! Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Crazy! Wirklich crazy! Was man hier so alles machen kann! Oh! Obacht! Wow! Was ist das für ein Monster! Was? Was? Die arme Katze! Du kleines Stück Scheiße! Oh! 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 Boah, ich komme überhaupt nicht weg hier. Wow, wow, wow. Alter, chillt mal. Boah, ich komme gerade. Ich komme gerade in keine Kombo rein. Natürlich, gar kein Problem. Verarschen? Ich komme nicht rein. Oh, der macht mich gerade echt aggressiv. Ich kriege mich nicht geheilt. Ich kriege mich nicht geheilt. Das war es für mich. Oh, das war aber knapp. Ich kann mich aber auch nicht mehr heilen. Scheiße. Nee, ich muss das nochmal irgendwie neu starten, die Stelle. Das ist gerade... Boah. Ich wusste nicht, dass ich begrenzte Heilung habe. Das war mir... Weißt du nicht, wie wichtig der kleine Lärmprozess ist? Sag mir, wer den Überfall geplant hat und gebt mir die Katze. Dann lasse ich euch gehen. Deal? Alter, lass mich doch mal durch. Der Typ ist übelst finster. Geh weg. Heftig. Heftig. Genau. Der gehört mir. Der sucht doch aufzustehen. Anstatt ob du den Finisher bei ihm machst, scheiße. Leck mich, ey. Sinnlos draufbäschen, ist auch nicht so. Katze? Hahaha, geil. Ah, mein Gott. Der Holo-Dude, glaub mir, ich bin manchmal etwas überfordert mit dem Bäschen und den neuen Fähigkeiten und überhaupt. Stimmt. Banküberfall gestoppt. Spiderman-Katze gerettet. Wow. Den hat aber richtig... Es ist mir kurz schwindelig geworden. Schon gut, Katze. Fast geschafft. Fast geschafft. Ah. Miss Silence. Ich hab ne Überraschung. Ach ja? Was denn? Oh, Spiderman! Oh, 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 oh. Bist du einfach ausgebübst? Oh, oh, oh. Daddy hat sich solche Sorgen gemacht. Oh, 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 ja, hat er. Oh, oh, ja, hat er. Ich würde diesen Planeten verlassen. Danke. Ja. Corona-Faust. Klar. Puh. So. Stopp. Hast du Hinweise, für wen die Katzen die bearbeiten? Ich verfolge ein paar Sachen, die damit zu tun haben könnten. Puh. 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 fall schalte anzug modifikationen freie starker werfer erhöht den schaden durch geworfen objekte der anzug sieht ja grauenhaft aus oh der ist crazy unauffindbar reduziert den schaden durch fernangriffe um 25 prozent so oft wie ich ja teilweise durch schüsse getroffen werde gar nicht mal so blöd was haben wir hier noch schönes vergrößert das zielfenster für perfekte ausweich man erhöht den job und die topwarte für geräte munition ok und modifikation verbessern klar kann ich hier schon irgendwas machen soll man hier für fertigkeiten getaunte angriff kostet weniger tonenergie ton angriff habe ich noch nicht eingemacht da weiß ich noch nicht so richtig wie das funktioniert halte für den wenn im reißer kommt das machen wir jetzt erst mal sagt das muss erst mal reichen ok richtung süden die schnell reise ist wirklich geil ohr spimo ey pass bloß auf was du in meinem chat schreibst also flip schäme dich weil ich kam tatsächlich noch immer nicht dazu das mal so zu machen aber es ist wie gesagt nicht vergessen es gibt zurzeit einfach wichtigere sachen die ich so noch zu klären habe zu machen habe als das rennt ja nicht weg aber es wird zeit tatsächlich hier war lange keiner mehr oh schon ein paar schöne gitarren aha das ist ein doppelgänger wahrscheinlich könnte man meinen das team das nun vom entwickelt hat wurde krank der projektleiter suche nach hinweisen was soll ich mir noch alles suchen berlin noch frühstück na klar wer hat das nicht naja ich würde gerne irgendwas dagegen hauen oder dagegen naja man kann doch einfach wenn im schlag machen das sieht irgendwie crazy aus ich bin iron man also black friday technisch hatte ich kein glück das kann ich mal sagen ich mache einen test upload oh mein team wird krank aha tut so als wäre es nicht das new form wir müssen es heute tun lass mich sind wir denn bereit müssen wir wohl die arbeit in halem hat begonnen vor ihrem zeitplan er vergiftet die stadt aus profil gier sie drücken aufs tempo ignorieren sicherheitsberichte sie dürfen meine forschung nicht pervertieren finn ok zuerst geht es um den kern dann löschen wir die daten und sie können sicher nicht einfach nach produzieren nein nicht wenn wir den ersatz vorrat in jersey auch vernichten ohne mich haben sie keinen plan wie nun vom funktioniert das projekt ist dann gestorben ich nehme alles auf wenn das schief geht gehen die videos direkt an den bugle kreilow hau rein bereit new york zu retten bereit allzeit bereit immer bereit da ist noch ein video verdammt keine uploads das handy war wohl kaputt das hier nicht umsonst gewesen ich verspreche es rick sie wollten das nun vom projekt stoppen aber irgendwas ging schief der letzte standort ihres handys ich es aufspüre ab dienstag wieder mattes wenn das train event stottert das ist nicht das ist nicht was ich einfach so verschwinden kann hat sie aufgeschlecht wenn sich die schausschützen beruhigt haben kann ich von oben angreifen Aha. Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Ich bin in der Nähe. Alter ernsthaft ich geb mir so ne Mühe. Oh. Ohnmächtig. 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 Oh". Ohnmächtig. bin ich aus dem flow aus jetzt bin ich voll raus scheiße okay jetzt jetzt wird weiter geschwungen ja terror kann ich das ist absolut abgefuckt du hast schon recht winter express war das geilste event meine meinung ich denke 19 uhr also ich werde dienstag auf jeden fall spätestens 17 uhr am start sein und am samstag mal eben außerhalb des let's plays am samstag nächste woche gibt es ein xxl stream mit schweini zusammen der wird er hier neben mir sitzen mit seiner playstation und ich muss ihn deaktivieren so weit alles ruhig noch auf nein bam meine fresse geil noch jemand Also an dem Samstag geht es frühen Mittag schon los und dann wird Open End, bis ich keine Lust mehr habe oder bis ich müde werde. Und mit meinen 37 Jahren werde ich wahrscheinlich nach drei Stunden wieder müde sein. Möchtest du bitte da reingehen? Eh, danke. Irgendwie? Muss ich jetzt hier echt drum rum? Okay, jetzt aber. Was? Halte zum Ziel in L2 gedrückt und tippe R1 an, um drehende Objekte zu deaktivieren. Ah ja. Geil. Man hat hier echt verdammt viele Möglichkeiten. Oh ja. Ich gehe erst mal hier lang. Okay. Das sieht so blau aus. Das sieht irgendwie richtig aus. Ach, ich bin über Kopf. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ich schätze mal, ich bin richtig. Laut Tracker ist das Telefon ziemlich tief unter der Erde. Das ist ja edel. Das ist ja edel. Ein fieser Kollege. Luca. Danke. Danke. War das nicht der Zugbahnhof Onkel von vorhin? Zwei Stück. Nicht schnappen lassen. Ah ja. Hat man quasi einen Verbindeten. Siehst du den Schacht mit dem Lasergitter? Ne, ich bin blind. Hast du das gemacht? Ich kenne mich mit solchen Systemen aus. Konzentrier dich. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für die Fernsehundanien. Was ist mit den Kameras los? Ah. Nein, das war ein Haarlem. Rhino hat das ganze Kraftwerk platt gemacht. Vielleicht hat es mehr als ein Spackwissen erwischt. Oh nein. Okay, ja. Ich nehme eine A. Also, woran suchst du genau? Ein Handy. Nein. Oh, voll verdrückt. Ich trottel. Bam. Ich glaube, das waren alle, oder? In dem Raum müsste ein Schacht sein. Führ zu einem Labor. Dann zum Reaktor. Einem Nuform-Reaktor? Laut diesen Bauplänen, ja. Ach ne, das ist einfach nur ein Feuerlöscher. Ah, da. Also, wo sich das mal richtig reingefuchst hat, macht das ultra, ultra viel Spaß. Aber Mason hat nichts dokumentiert. Und? Tja, einer der Nuform-Kanister soll ja den Brückenvorfall überstanden haben. Also, wenn wir den zur Verfügung hätten... Glauben Sie nicht, wenn ich es hätte, soll ich es ihm geben? Ja, Mr. Krieger. Ich will nur klarstellen, dass wir ohne den Kanister die Deadline unmöglich halten könnten. Boah, du bist aber unfreundlich. Was von deiner Mutter? Wolltest du mir sagen, warum du mich verfolgst? Ha, um dich zu schützen. Du solltest dich geirrt fühlen. Ich hab meinen Ruhestand für dich aufgegeben. Unfassbar, dass mein Onkel der Prowler ist. Unfassbar, dass mein Neppe seinen Hals für ein Handy riskiert. Machen wir weiter. Du bist fast beim Reaktor-Prototyp. Du musst die Kerle ausschalten. Auf, auf. Nee, warte mal. Ich muss erst mal wieder gucken hier. Ausgerüstet. Ach nee, warte mal. Stopp. Unsere Forschungsabteilung leistet wirklich ganze Arbeit. Halt uns da. Ich hab was gehört. Ein Eindringling, Waffen entzichern. Roger, Waffen bereit. Bitte umver... Nein, nicht. Hier war das Schade. Soll er vor. Das ist geil. Ich muss mich erst mal mit den Fähigkeiten richtig vertraut machen. Das mit diesem Holo gedönst. Das ist ja krank. Moment. Crazy. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich deinen Namen ausspreche. Aber danke für dein Abo. MRC und so weiter. Danke. Zwei Monate schon am Start. Fette Sache. Weiß ich sehr zu schätzen. Danke. Äh, ich würde gerne durchschwingen. Danke. Okay. Das Handy liegt ganz da unten. Ich muss irgendwie an dem Ventilator vorbeikommen. Und an den Kerlen da. Denk dran. Lass dich nicht schnappen. Sobald alle Reaktoren aktiv sind, zieh die Schwerden auf. Man muss auch echt höllisch aufpassen, dass man sich nicht verdrückt. Oh, das sind zwei. Das ist natürlich schlecht. Scheiße. Wie löse ich denn das Problem jetzt? Das geht schief. Das sag ich jetzt schon mal. Ach, scheiße. Oh, Durst aber. Und schon wieder ruft einer an. Wo ist denn? Das ist eine einmalige Sache. Dein Onkel ist der Prowler. Wahnsinn, Mann. Also, ey, Wahnsinn. Ich weiß. Ich muss los, Genki. Ich erklär's dir später. Hirsche Pfotten. Kannst du fangen? Fack. Du musst dich beeilen, Neffe. Ich versuche, die Kameras und den Alarm abzuschalten, damit nicht noch mehr kommen. Zerstör die Kabel über den Ventilator. Dann stoppt er. Danke. Ich muss den Ventilator deaktivieren. Warte mal, ich höre doch hier irgendwie was. Ne, das macht keinen Sinn. Ach, ich kann noch eins runter, okay. Ja, das macht natürlich Sinn. Ach, alles klar. Ja, weiter mit dem Kabel. Die Batterie ist fast leer. Bitte nicht explodieren. Klaus ist wieder am Rhyme. Moin. Schön, dass du da bist, Klaus. Hallo. Kamera. Hier. Hier ist es. Okay. Was Ausspeichern geht nur zu zweit. Du startest die Überschreibung. Ich bestätige sie. Schritt 1 der endgültigen Nu-Form-Vernichtung. Tut es dir leid, deine Erfindung zu vernichten? Du siehst, wie's mir geht, oder? Macht mir die Welt sicherer. Bereit? Bereit. Allzeit bereit, immer bereit. In 3, 2, 1. Für ihn. Das war ich nicht. Wirtschaftssabotage. Wirklich? Oh, schlechte Ladenverbindung. Das war ich nicht. Was ist das für ein paar kranke Leute oder ein toten Ingenieur? Du fällst für uns unter Geschäftskosten. Nein! 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 Ich kann's stoppen! Ich kann's stoppen! Natürlich. Kein Problem. Wir ziehen mal so ein XXL-Kabel. Rake! Rake! Nein! Nein! Füllen! Nicht in den Sinn! Hier drin ist noch jemand. Frille kaputt. Rick wollte Menschen retten. Und Krieger tötete ihn. Ich muss ihren Plan zu Ende bringen. Onkel Aaron, kannst du den Reaktorschild von deiner Position aus entsperren? Warum du hast das Handy? Verschwinden wir! Der Reaktor hat meinen Freund getötet. Er muss abgeschaltet werden. Für immer! Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Äh, Onkel Aaron? Irgendwie kann ich... Okay. Ah ja, alles klar. Bleib zurück. Danke. Oh. Bleib zurück. Ich muss ja rangehen. Ansonsten wird das ja nichts. Busch, 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 busch! No. Ich schließe gerade. Das sieht alles ziemlich krank aus. Was ist hier los? Das Handy ist schon lange bereit. Ich wollte gerade sagen. Das muss ja mal kaputt gehen. Ocean, danke für deinen Follow. Aber so richtig. Aber wenigstens ist der Reaktor aus. Du bist fast raus. Ich brauchte unbedingt das Handy. Was soll ich jetzt nur tun? Komm schon. Ich bin zu weit weg, um dir zu helfen. Power Rangers! Warum sind die eigentlich immer so eine Mega-Azen? Wir sollen dich gefangen nehmen. Wieso? Was wollen die? Wir sollen hören. Keine Ahnung. Ganz egal. Lass es nicht zu. Der Befehl braucht es, um Spider-Man festzusehen. Geil für Spider-Man an! Ach, der schmeißt gleich den ganzen Kollegen weg. Achso, der war schon. Das System hat mich rausgeworfen. Gib mir eine Rindose. Ich hole dich da raus. Noch jemand? Oh, da ist er, Master Brawler. Oh, was ist hier los? Keine Sorge, wir erledigen die Kerle. Darüber mache ich mir keine Sorge. Hier, darüber, was nach dem Ganzen hier passiert. Krieger, das hinter dem Feind, er da ist. Ist nicht schwer. Achtung! Aufschalte! Oh, der hat mich... Fangen! Ach, jetzt habe ich eine Fernzünder. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Alter, ist das crazy. Was geht denn hier ab? Was ist denn der Wa-? Durch Welpe? Ich bin überfordert. Was soll ich machen? Wohin? Alter. Orientierungslos. Krasser Scheiß. Das macht so fucking Bock. Ich muss Finn finden. Ich dachte, das war seine Schwester. Ich blicke hier nicht durch. Robert, das stimmt. Benutze, Finn. Sag ihr, du willst dem Underground beitreten. Dachte, ich soll die Maske nicht abnehmen. Sag ihr nicht, dass du Spider-Man bist. Geh als ihr Freund zu ihr. Oh, diese ganzen Fähigkeiten, die man hat, die machen das schon umfangreich. So fahre ich bei mir auch mal normalerweise Straßenbahn. Ganz easy auf dem Dach. Du weißt, was zu tun ist. Okay, ich sollte Penn anrufen. Nein, ich hab Zeit, um nach der Stadt zu sehen. Ja. Miles, weißt du, wie viele Follower du hast, seit die App live ist? Echt irre. Ich habe ein bisschen gerechnet und ich weiß ja, dass du keine Werbung willst, aber vielleicht sollten wir... Nein. Gut. Nein, natürlich nicht. A lot of stuff freigeschaltet. Blick mal durch, my friend. Ach, das sind die verschiedenen... Blah. Vergrößert das Zeitfenster für Perfekt. Das war uninteressant. Und zieht beim Scannen eine Linie von einem Gegner zu allen anderen Gegnern, die sich derzeit in einem Sichtfeld befinden. Mega spannend. Das kann ich noch nicht. Wir gucken erstmal grob durch. Ich will jetzt hier nicht alles... Das klingt interessant. So, der Gerät. Nee. Ach, man braucht ganz schön viel Stuff hier, um das alles abzugraden. Okay. Was ist das schön? Es erhöht den Wirkungsbereich von Venom Schmetterer. Ja, verchecke ich jedes Mal, wie der funktioniert. Ich trottel. Das kann man hier noch machen. Wenn ein Gegner vom Venom Angriff besiegt wurde, kostet der letzte Schlag keine Torn Energie. Ah ja. Venom geschockte Gegner erleiden 50% mehr Schaden durch Basisangriffe. Venom geschockte Gegner, die gegen andere Gegner geworfen werden, übertragen ihren Venom Schock. Aha. Oh, Ansporn eines zweiten Finishers. So, jetzt muss ich mal... Venom Schmetterer L1, Viereck und X. Danke. Okay. Weiß ich das jetzt auch. Oh. Aber ich habe keine andere Spur. Weißt du, was wir brauchen? Sag nicht eine Pro- und Contra-Liste. Eine Pro- und Contra-Liste. Ganz genau. Ich muss jetzt los, Mann. Schon klar. Tja, viel Glück. Ruf an, wenn du mich brauchst. Deine Idee. Der war ja geil. Cooler Typ. Ah, so gefällt mir das. Das ist so geil. Und sie geht übelst die Action ab und sie steht hier ganz easy da. Ich check mal aus, was der so macht. Das ist eine geile Sau. Was ist das hier überhaupt? Fortbewegungs-Herausforderungen. Das will ich mir mal angucken. Ich muss das machen. Finn anrufen und mich in den Underground einschleichen. Hey Miles. Bist du okay? Äh, ja, warum fragst du? Oh. Die Demo deiner Mom war in den Nachrichten. Uns geht's gut. Hast du vielleicht Zeit für einen Kaffee? Kann ich mir nehmen. Es gibt ein Kaffee auf der Edison beim Fist Tower. Was? Fist Tower? Wir haben zwar keinen tollen Nix. Ach, das ist ein Tutorial-Teil, glaube ich, oder? Hier testen wir deine Punkt-Sprung-Fähigkeiten. Ach ja. Wir haben alle Kontrollpunkte vor Ablauf der Zeit. Das ist nix für mich. Das wäre sich da jetzt schon. Schaff das. Dafür bin ich bereit. Los geht's. Ich bin zu langsam. Nein. Wo muss ich hin? Okay. Räuft. Natürlich nicht. Habe ich nicht. Ein paar fette Tauben plattmachen. Das war geil. Okay, das hat Bock gemacht. Wir sehen uns bei der nächsten Herausforderung. Wir sehen uns bei deiner Mutter. Okay. Sicher, sicher. Da ist es schon wieder Fist Tower. Und es geht wieder los. Das ist eine Katastrophe in unserer Stadt. Explosionen, ein Brückeneinsturz. Ich bin glücklich ein, du Ratschlöffel. Ich warte nicht platt. Das ist eine Schmerzhaft. Das wird nicht gut. Alter, dieser Schocker. Deine Mutter sind überzahl. Alter. Dies. Hoch. Oh, die Reichweite war nicht. Bäm. Das ist aber mal gut, ja. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Oh mein Gott. Es ist einfach unglaublich. So. Oh, PM Deluxe haut ein geschenktes Abo an Robert raus. Dankeschön. Der Abo-König. Man ist schon echt schnell mit dieser Fortbewegungs-Gedöns. Stopp. Da will ich nicht hin. Da will ich hin. Stopp. Guten Tag. Guten Tag.